Hallo und herzlich willkommen bei Part 2 von Nextway Together. Nonstar und hab Portables gehört und ja, heute machen wir Nachtgur. Wir haben 2 Uhr morgens, äh, nenn das was. Ja. So, 1 Uhr 3. 1 Uhr 3. Meine Uhr ist aus. Meine Uhr ist falsch. Meine Computeruhr, was sagt die? Keine Ahnung. Nein! Nein! Okay, ich möchte, ich möchte einsetzen als mein allererster Agnactor. So. Ich hab noch niemals zuvor in meinem geschiften Leben einen Agnactor gemacht. Okay. Weiß ich nicht so. Ich hoffe, der Warser stirbt diesmal nicht. Er hat schon fast die ganze Dinorga-Rüstung. Und fehlt nur noch die Amtschienen. Haha, denk nicht. Haha. Ich möchte mal so anmerken, ich hab noch nie mein Leben einen Agnactor gemacht. Ja. Wenn ich besitze nicht die Rüstung von denen, nein, da versteht was falsch, dann. Ja. Das ist die Rüstung. Ja. Und, äh, was? Ich hab eine Barriertrüstung. Ja, 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 ja. Denn meine Rüstung ist keiner. Nacto-Rüstung. Siehs Uh-Ruch-Tor-Rüstung. Kann ich euch auch zeigen, Sie dir? Uh-Ruch-Tor. Haha. Seinues hat sich wohl schon entdeckt. Gronel. Hast schon mal Nacto-Rüstung, okay, nette Krustoffers noch nie gemacht. TRI. Ja, daraus kommt Paint-Tisch den auch, ne? Nein! So, ich hab' den Rucker gehabt. Lol. Das ist der Rucker. Hä? Der Müsse jetzt gebrochen hat. Wie bei der Rucker ist das nicht? Nein. 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 Boah ey, obwohl ich schon die falsche Rücken... äh... lockt habe. ... ...und gut, weil ich die Attacken von denen... ...da ich dir nie gemacht habe, weil ich die Attacken von denen... ...nach die Attacken von Hochuntergang... ...nein Lederstreit. Lederstrau! ... 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